Guten Tag liebe Zuseher, mein Name ist Joe Moser, Chefpilot der LTU. Ich möchte Sie sehr herzlich willkommen heißen an Bord dieses Airbus A330 und ich möchte Sie sehr herzlich einladen mit uns heute nach Kapstadt zu fliegen. Ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Flug. Dankeschön. Start fliegt in. Normal. Flex. Off. Rotation. Check. Nostia 674 Wind 200 Degrees for North Runway to the 3L. Clear takeoff. Clear takeoff runway to the left. Double go. Takeoff. Bayern Flex. Nostiaus Runway. Check. V1. Rotate. Loser. Geer up. Geer up. Nice. Tag, good morning. Sueva 936. Please fully establish 2 3L at 6. Sueva 936, good morning. Continue approach. Number 2. Wind 200 Degrees. 5 knots. Primary Es47.... Wangen mit den Sturzagen probieren. Spills. 2 3,2 2 L, Genger 1. Qualitätigdatum. 5,5 scientist primärisch voranze in Chiapelstange motorbiskasche сделketsche... 1, 3, 0, das ist Nummer 9, ordentlich. Auf der linken Seite überholen wir gerade an den Airbus der deutschen Lufthansa. Der hat wahrscheinlich auch schon Gas gegeben, bloß viel schneller als der. Okay, wir müssen ein bisschen rechts rüber gehen. Autopilot ist off. Checked. Cat 1. 50, 40, 30, 20, retard, 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 retard. retard, retard, retard. Spoilers. Diesel, reverse green. By gate right Charlie Bravo to gate Alpha 4, enjoy your stay in Cape Town. Charlie Bravo Alpha 4, thanks very much, have a good night.